Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Mira. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich liebe thailändisches Essen. Gerade jetzt im Sommer, wenn es so warm ist. Und deswegen mache ich heute mit euch eine leckere Kokossuppe im Thai-Style. Mit ganz viel frischem Gemüse und tollen Gewürzen. Dank unserer Kooperation mit Euronics durfte ich mir wieder einen Küchenhelfer aussuchen. Und meine Wahl ist diesmal auf den braunen Multi-Quick-Stabmixer gefallen. Weil was ich am meisten liebe, wenn ich beim Thailänder essen gehe, ist dieses ganze Gemüse, das in so schöne Formen geschnitten ist und einfach so hübsch aussieht. Und deswegen zeige ich euch heute eine Methode, wie ihr das ganz easy machen könnt, ohne dass wir hier jetzt stundenlang in der Küche stehen und rumschnippeln müssen. Ich habe mich heute für die vegane Variante mit Tofu entschieden. Aber ich kann euch über die nächsten Schritte auch erklären, wie ihr das Ganze mit Fleisch oder mit Fisch machen könnt. Den Tofu, den schneiden wir jetzt in mundgerechte Stützchen oder ihr könnt ihn auch in Scheiben schneiden. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass der ein bisschen seine Flüssigkeit verliert. Und dafür wickeln wir den gleichen ein Tuch und drücken den ein bisschen aus. Viele schimpfen ja immer, dass Tofu nach nichts schmeckt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Tofu kann super, super lecker sein. Und das beweise ich euch heute. Dafür müssen wir aber unbedingt dafür sorgen, dass der Tofu richtig schön trocken ist. Und dafür habe ich dann hier ein Tuch und damit werden wir den Tofu gleich richtig schön ausdrücken. Am besten ist es, wenn ihr den Tofu wirklich über mehrere Stunden trocknen lasst, damit er wirklich so richtig, richtig viel Wasser verliert. Denn dann kann er erst so richtig das Aroma aufnehmen, mit dem wir ihm gleich marinieren wollen. Ich stelle das mal zur Seite. Während der Tofu noch ein bisschen trocknet, kümmere ich mich um die Marinade. Dafür habe ich hier lauter tolle Sachen. Ich habe hier Koriander und Zucker, Frühlingszwiebeln kommen noch mit rein und auch Sojasauce, Knoblauch natürlich, ein bisschen Ingwer und Paprikapulver und ein bisschen Essig und Wasser. Und das Ganze wird dann richtig schön durchgemixt, damit die Aromastoffe gut durchkommen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich kein Öl für die Marinade benutze. Das liegt daran, dass sich das Öl auf die Oberfläche von dem Tofu legt und dadurch die Poren so verschließt und die ganzen leckeren Aromastoffe, die wir ja eigentlich im Tofu haben wollen, dann nicht so gut da eindringen können. Dann mache ich mir mal ein bisschen Platz. Und dann wird das Ganze jetzt hier püriert. So, jetzt schnappe ich mir mal den Mixer hier. Oh, das riecht so lecker. Und das ging jetzt auch super schnell. Und das Coole ist, dieser Behälter ist auch mit dabei. Und der ist ganz praktisch, weil er so ein bisschen schmaler und hoch ist. Und jetzt schnappe ich mir hier meinen Tofu und den packe ich in eine Schale und dann übergießen wir das Ganze mit der Marinade. Und das muss dann richtig schön durchziehen. Je länger ihr das Ganze marinieren lasst, desto intensiver wird der Geschmack natürlich. Also ihr macht das am besten über Nacht. So, jetzt habe ich mir hier ein bisschen Platz geschaffen, denn wir kümmern uns um das Gemüse. Wir haben hier eine Menge frisches Gemüse. In der thailändischen Küche gibt es noch viel, viel mehr Sorten an Gemüse. Die haben ja allein schon irgendwie zehn verschiedene Sorten an Auberginen. Wir haben hier dagegen eher eine europäischere Auswahl und fangen an mit den Zucchinis. Die schneide ich hier ein bisschen zurecht, bevor die dann in unseren tollen Spiralmixer kommen. So, jetzt kommt dieses coole Teil hier ins Spiel. Mit dem braunen Multi-Quick kann man nämlich nicht nur pürieren. Der hat auch einen ziemlich coolen Spiralschneideaufsatz. Also genau genommen hat der drei verschiedene Aufsätze. Wir nehmen jetzt hier für den hier für die Zucchini-Nudels und die sollen quasi unsere Reisnudeln ersetzen. So, dann baue ich das mal zusammen. Das kommt hier rauf. Das kommt hier dran. Und dann kann es losgehen. So, fertig. Und übrig bleiben diese lustigen Hütchen hier. Muss ich mir noch überlegen, was ich damit mache. So, schauen wir mal rein. Oh, das sieht so hübsch aus. Guck mal. Oh, vor allem sind die so richtig lang geworden. Das ist total cool. Die füllen wir jetzt erstmal in eine kleine Schüssel. Und dann stellen wir die zur Seite. Die kommen nämlich erst später mit der fertigen Suppe dann wieder ins Spiel. Als nächstes kümmern wir uns um die Möhrchen. Dafür nehmen wir aber einen anderen Einsatz. Und zwar den Papadelle-Einsatz. Den wechsle ich jetzt hier mal schnell aus. So, die Möhrchen sind auch fertig. Die stelle ich jetzt auch zur Seite. Und dann können wir den Weißkohl schneiden. Wenn wir den Weißkohl in so Scheiben schneiden, dann fällt der automatisch in so schöne kleine Streifen. Jetzt schneide ich hier den Strunk noch raus. Und wenn wir den Kohl jetzt hier so ein bisschen zerfleddern, dann seht ihr, haben wir ganz schöne Streifen. Und dann schneiden wir als nächstes die Paprika. Die Paprika kommt auch zur Seite. So, mir gehen langsam die Schüsseln aus. Und dann schneiden wir nur noch die Schalotten klein. Und dann geht es erst zur nächsten Etappe. So, ich schneide mir hier die Schalotten. Auf dieser Seite haben wir jetzt hier unsere ganzen Einlagen für die Suppe. Da kommen jetzt noch Bambussprossen dazu. So, das ist die Seite. Und darum kümmern wir uns gleich wieder. Jetzt müssen wir aber erst mal unsere Brühe aromatisieren. Dafür habe ich hier eine normale Gemüsebrühe. Aber die soll ja den richtigen thailändischen Geschmack bekommen. Deswegen habe ich hier die ganzen typischen Gewürze. Und um die kümmern wir uns jetzt. Dadurch, dass wir das Ganze später noch durch ein Sieb gießen, reicht es, wenn alle Aromaten grob geschnitten sind. Man isst in Thailand gerne mäßig scharf. Aber was mäßig scharf in Thailändisch heißt, ist es für uns Europäer wahrscheinlich schon ziemlich heftig. Deswegen müssen wir uns langsam an die Schärfe rantasten. Wenn ihr den Sud dann probiert und sagt, okay, das hat euch noch ein bisschen zu wenige Wumms, dann könnt ihr natürlich immer noch eine Chili mehr reinknallen. Okay, in Thailand wird grundsätzlich eher mit wenig Öl gekocht. Ich möchte aber meine ganzen Aromaten noch ein bisschen anschwitzen. Und dafür nehme ich etwas Kokosöl in meinen Topf. So, dann kommen die da einfach alle oben drauf. Und dann lasse ich das alles bei mittlerer Hitze so ein bisschen anschwitzen. Schaltet den Herd nicht zu hoch, denn wenn das alles zu schnell anbrennt, dann schmeckt das nicht so gut, dann wird das schnell bitter. Aber ja, lasst das alles ruhig so ein bisschen, dass es unten am Boden antappt, so ein bisschen so rösten. Wenn das anfängt, hier im Topf schon alles so ein bisschen braun zu werden, dann könnt ihr das Curry dazu geben. Dann wird das Ganze mit der Gemüsebrühe abgelöscht. Das Ganze lassen wir jetzt so 20 Minuten köcheln. So, 20 Minuten sind um und die Brühe ist fertig. Das heißt, wir können jetzt abgießen. Das einmal gut abschütteln, damit uns auch nichts von dem leckeren Aroma verloren geht. Dann kommt das hier zur Seite und die Brühe kommt direkt wieder zurück in den Topf. Ui. So. Da kommt dann jetzt auch direkt die Kokosmilch dazu. Kokosnuss ist ja wirklich so ein Grundnahrungsmittel in der thailändischen Küche. Und die Milch wird so gemacht, dass das Fleisch von der Kokosnuss mit Wasser püriert wird und dann wird das so ausgedrückt. Aber habt keine Angst wegen Kalorien oder so. Kokosmilch ist zwar recht fettig, aber es ist sehr gutes und sehr gesundes Fett und deswegen müsst ihr euch da gar keine Gedanken machen. Jetzt kommt wieder unser ganzes Gemüse ins Spiel. Aber wir wollen natürlich, dass alles ein bisschen knackig bleibt. Das ist ganz wichtig, gerade für diese typisch thailändischen Suppen. Deswegen geben wir die Sachen in einer bestimmten Reihenfolge rein. Ich fange an mit dem Weißkohl und den Schalotten und den Möhrchen direkt hinterher. Und dann warte ich einen kleinen Moment und dann kommen erst die Paprikastreifen dazu und der Bambus. Die Bambussprossen. Die Suppe habe ich jetzt erstmal ausgestellt, denn wir haben ja noch den Tofu. Den müssen wir uns ja auch noch kümmern. Der ist hier in unserer Marinade jetzt schon mega würzig geworden. Es riecht herrlich. Und den gießen wir jetzt ab, aber nicht die Marinade weggießen. Die brauchen wir vielleicht noch. Die hat ja ein herrliches Aroma. Und dann müssen wir den Tofu so ein bisschen abtupfen und dann wird er scharf angebraten. So, der Tofu kommt jetzt in die Pfanne. Da habe ich schon Kokosöl drin und wird dort richtig knusprig angebraten. Ihr könnt statt Tofu natürlich auch Hähnchen nehmen, aber ich würde euch empfehlen, probiert das echt mal mit Tofu aus, weil das ist wirklich super lecker. Und ihr könnt den Tofu natürlich auch noch vom Anbraten durch Mehl oder durch Stärke ziehen, weil dann wird er noch ein bisschen knuspriger. Und ja, wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen mehr über Tofu zu erfahren, dann schreibt uns das ruhig in die Kommentare, weil dann machen wir vielleicht mal ein Video darüber. Während der Tofu hier so ein bisschen gebrützelt hat, habe ich mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Und jetzt kommen in die Suppe noch so ein paar kleine Kicks rein, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Also ich habe hier ein bisschen Sojasauce. Gebe ich schon mal dazu. Erstmal so. Dann habe ich hier etwas Kokosblütenzucker. Nehme ich auch erstmal nicht zu viel. Ich probiere gleich nochmal, ob es noch ein bisschen mehr braucht. Frische Limette. Hand runter halten wegen der Kerne. Die wollen wir ja nicht in der Suppe haben. So. Und frischen Koriander. So, gut umrühren. Und dann schmecken wir das Ganze mal ab, wie das denn jetzt so aussieht hier an der würzigen Front. Also einen kleinen Schluck Sojasauce würde ich ja noch reinmachen. So. Und von mir aus kann das Ganze auch noch so ein bisschen mehr Wumms haben. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich will euch da nichts vorschreiben. Und um das jetzt mal zu erzeugen, probiere ich mal von Just Spices hier dieses Sporty Spice aus. Das hat auch auf jeden Fall ein bisschen Ingwer, Chili drin und Pfeffer. Und deswegen könnte das ganz gut passen. Das ist übrigens dabei, falls ihr euch einen Multi-Quick bestellt. Und auch dabei ist von Just Spices der Italian Allrounder, der Pasta Allrounder. Und der könnte auch ganz gut schmecken, wenn ihr zum Beispiel einfach ein paar Sudels anbratet und den dann so ein bisschen da drüber gebt. So, nochmal umrühren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Ja, schon scharf, aber so mag ich es auch. Gut, dann ist die Soße jetzt fertig. Also die Suppe ist jetzt fertig. Jetzt kommen unsere Sudels wieder ins Spiel. Dann nehme ich mir eine schöne Schüssel. Da kommen die dann frisch rein. Dann kommt die heiße Suppe da direkt drüber. Zusammen mit dem knusprigen Tofu. Für das richtige Thai-Feeling habe ich mir hier noch Stäbchen besorgt. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr das serviert, so ein kleines Stückchen frische Limette dazulegen. Das ist immer ganz schön, wenn die Leute sich das so frisch rüber träufeln können. So, und jetzt bin ich aber mal ganz neugierig auf unsere Sudels. Die sind wirklich mega, mega lang geworden. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das nachmacht, die vielleicht ein, zweimal zu durchschneiden. So. Und schauen. Mhm. Super frisch und knackig. Und es reicht wirklich, wenn man die einfach direkt mit der Soße übergießt, also mit der Suppe. So, mit der Tofu. Also ich kann euch nur sagen, selbst wenn ihr große Fleischfanatiker seid, ihr müsst das bitte, bitte, bitte unbedingt einmal mit dem Tofu ausprobieren, weil das ist wirklich super geil. Wirklich, es lohnt sich. So. Wenn ihr mehr über den Multi-Quick-Stabmixer von Braun erfahren wollt, dann schaut mal in unsere Infobox. Da habe ich euch den Trend-Blog von Ironics verlinkt, wo das Ding auch nochmal getestet wurde. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert uns. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.